Die Hoyerswader Stadtverwaltung plant offenbar die komplexe Sanierung des Jugendclubhauses Ossi. Nach einer Vor-Ort-Begehung durch das Bauamt sei festgestellt worden, dass hier komplexe Maßnahmen angeraten sind, heißt es aus dem Rathaus. In der Verwaltung arbeitet man derzeit an einer Nutzungskonzeption für Einrichtungen der Stadt, die vorrangig für soziale Zwecke genutzt werden. Innerhalb dieser Betrachtung soll die Sanierung konkreter benannt werden.